»Was hat er vor?« flüsterte Sabine, die mittlerweile neben ihnen stand. Snyder stellte den Becher aufs Fensterbrett, trat einen Schritt zurück und konzentrierte sich auf das Display, das jetzt durch den Restlichtverstärker in einem leichten Grünton leuchtete. »Er steht am Fenster!« rief Mark plötzlich. »Er hat uns gesehen!« »Weg vom Fenster!« befahl Snyder. »Anscheinend will er telefonieren.« »Fuck! Der Vorhang ist zu!« Nun war gar nichts mehr zu erkennen. »Er weiß Bescheid«, entfuhr Sabine. »Zugriff«, rief Snyder in den Vorraum, wo mittlerweile zwei Leute vom BKA und drei Polizeibeamte standen. Zwei von ihnen griffen sogleich zu den Funkgeräten. Schnell wandte sich Snyder zu Frau Gehrmann um, die mit ihrem Mann auf der Wohnzimmercouch saß und die letzte halbe Stunde keinen Mucks von sich gegeben hatte. »Gehen Sie mit Ihrem Mann nach oben ins Schlafzimmer und machen Sie alle Lichter aus!« »Und danke für Ihre Kooperation«, fügte Sabine hinzu. »Wir postieren über Nacht sicherheitshalber einen Beamten vor dem Haus.« Indessen hatte sich Snyder einen kabellosen Minikopfhörer ins Ohr gesteckt und stellte über sein Handy die Verbindung zum Einsatzleiter des SEK her. Sein Blick glitt zum Display von Marks Nachtsichtkamera. Alarmiert erkannte er hinter dem Vorhang von Konrads Büro einen flackernden Lichtschein. »Er hat Feuer gelegt«, rief Mark im selben Moment. Snyder hatte schon reagiert. »Wir brauchen die Feuerwehr«, rief er in den Vorraum. »Beeilung! Er setzt das Haus in Brand!« Hinter ihm erwachten die Funkgeräte zum Leben. »Konrad weiß, dass wir ihm auf der Spur sind und will alle Beweise vernichten«, stellte Sabine fest. »Gehen wir auch rüber?« Snyder reagierte nicht. Durch ein digitales Nachtfernglas beobachtete er, wie sich die Einsatzkräfte des SEK in geduckter Haltung durch den Regen über den Vorgarten dem Haus näherten. Er suchte jede einsehbare Ecke des Gebäudes ab, doch von Konrad war nichts zu sehen. Das Kommando erreichte die Eingangstür. Mit einer Ramme schlug der vorderste Beamte die Tür ein und trat zur Seite. Hintereinander stürmten die anderen ins Haus. Mittlerweile brauchte Snyder die Nachtsichtfunktion nicht mehr. Die Flammen hatten den Vorhang in Konrads Büro binnen weniger Sekunden in Asche verwandelt und waren dann auf Wände und Teppichböden übergesprungen. »Wo bleibt die Feuerwehr?«, rief Snyder. Mittlerweile war der Feuerschein auch durch die Fenster im oberen Stockwerk zu sehen, also stand wohl auch schon das Treppenhaus in Brand. Sekunden später kamen die Leute des Spezialeinsatzkommandos wieder aus dem Haus, ohne Konrad. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Untertitelung des ZDF und der ZDF für funk, die Glocke aktiviert. Schaut in die Glocke aktiviert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.